Ja, servus meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch Basics. Heute werden wir uns den Spielmodus Punkt der Oberung genauer unter die Lupe nehmen und klären, wie das im Competitive genau funktioniert und danach noch auf die Problematik des Spielmodus eingehen, welche dafür verantwortlich ist, dass viele Spieler die Karten Oxcaillast Industries, Tempel des Anubis und Hanamura, die auf den Spielmodus halt zutreffen, nicht wirklich gerne spielen. Also, bleibt dran! Klären wir also erstmal, was das Ziel des Spielmodus ist. Bei der Punkt der Oberung kämpfen zwei Teams um die Kontrolle der Karte, wobei das angreifende Team die wichtigen Punkte erobern muss und das verteidigende Team dies versucht zu verhindern. Zitat, offizielle Webseite. Jetzt muss man natürlich dazu noch sagen, dass man immer nur einen Punkt gleichzeitig angreift und für jeden Punkt ein gewisses Zeitlimit hat, dies zu schaffen. Um euch das ganz wieder besser erklären zu können, habe ich von den vier möglichen Szenarien die möglichen Folgen herausgearbeitet. Fangen wir also mit der ersten Möglichkeit an, und zwar das angreifende Team schafft es nicht, mal den ersten Punkt einzunehmen. Dann kann das zweite Team gewinnen, indem sie den ersten Punkt einfach einnehmen. Egal wie, ob sie noch Zeit übrig haben oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn sie es allerdings nicht schaffen, ist das Spiel mit einem Unentschieden beendet. Variante 1 Variante 2 wäre, dass das angreifende Team den ersten Punkt schafft, aber den zweiten nicht mehr. Hierbei kann das zweite Team nur gewinnen, wenn sie beide Punkte einnehmen. Ansonsten gibt es nur ein Unentschieden, wenn sie einen Punkt einnehmen und wenn sie es nicht mal schaffen, den ersten Punkt einzunehmen, haben sie verloren. Das dritte Szenario wäre, dass das angreifende Team beide Punkte in der vorgegebenen Zeit einnimmt. Sprich, entweder auf die Sekunde genau, was mir vorkommt, oder während der Overtime, sodass sie halt keine Zeit mehr übrig haben. Und jetzt wird es interessant. Wenn man das zweite Team jetzt noch gewinnen möchte, muss es beide Punkte unterhalb des Zeitlimits einnehmen. Aber dann hat das noch lange nicht gewonnen. Sie haben sich quasi nur einen zweiten Versuch erkämpft. Das heißt, sie haben jetzt in der zweiten Runde noch eine Chance, mit der übrig gebliebenen Zeit, den ersten Punkt wieder einzunehmen. Wenn sie das schaffen, haben sie gewonnen. Wenn nicht, ist es immer noch ein Unentschieden. Allerdings muss man nicht wieder dazu sagen, dass die Regel gilt, wie bei den Payload Maps, und zwar, dass man mindestens eine Minute Zeit haben muss. Sprich, wenn ihr nur weniger als eine Minute Zeit hattet, bekommt beide Teams eine Minute addiert, sodass das zweite Team auch nochmal eine ganze Minute hat. Dafür habt ihr aber die ganze Minute plus das, was ihr noch übrig habt. Sprich, es ist wahrscheinlicher für das Team, was es unter dem Zeitlimit geschafft hat, die zweite Runde zu gewinnen. Die letzte Möglichkeit wäre jetzt, dass das Angreifenteam nun beide unterhalb des Zeitlimits einnimmt. Dann muss das zweite Team auch beide Punkte einnehmen, um sich zumindest das Unentschieden zu sichern. Wenn sie es aber auch unter dem Zeitlimit schaffen, kriegen quasi beide Teams eine zweite Runde, wobei bei den Punkteinnahmen keine Zeit mehr dazugerechnet wird. Das heißt, man kann theoretisch auf den Punkt der oberen Maps ein 4 zu 4 spielen, wenn man in beiden Runden die Punkte so schnell einnehmen kann. Soweit zum Aufbau des Spielmodus. Aber worin liegt jetzt die Problematik? Schauen wir uns dazu einfach mal die Karte Tempel des Sanubis an. Hier werdet ihr bei genauerem Hinsehen erkennen, dass beim ersten Punkt A beide Spawns von beiden Teams ungefähr dieselbe Strecke zum Punkt haben. Nichtsdestotrotz spielen viele verteidigende Teams mit einer Symmetra auf diesen Karten, einfach um schneller wieder am Punkt zu sein als das angreifende Team. Wenn wir uns jetzt aber den zweiten Punkt angucken, werdet ihr merken, dass das angreifende Team einen deutlich längeren Weg vom Spawn bis zum Punkt hat, als das verteidigende Team, bei dem der Spawn quasi direkt vor der Haustür ist. Und genau darin liegt die Problematik. Denn vor allem im niedrigen Elo-Bereich ist es so, dass die Leute einzeln einrennen, man groupt nicht, man wartet nicht auf den anderen und man stirbt entweder einzeln oder man verliert kläglich in der Unterzahl ein Teamfight. Das bedeutet also als Schlussfolgerung, dass es bei den Karten Tempel des Sanubis, Works Kaya Industries und Hanamura noch mal deutlich wichtiger ist, zu groupen und auf die anderen zu warten. Ihr könnt dann zum Beispiel hier im Vorraum warten, um dann gemeinsam einen Teamfight zu gewinnen. Und wenn ihr es schafft, alle gleichzeitig vom Gegner-Team zu töten, könnt ihr den Punkt auch einnehmen. Das war's von mir, haut rein und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken. Viel Spaß beim Zocken.